hohes gesundes neues jahr leute jetzt geht es los hier lasst es ruhig da ein stück in die richtung stehen hört ihr das ja wir melden uns wieder zum neujahrswechsel zu 24 der macht das schon ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll jaja nixen Ach, Luis wusste, dass da ein Loch ist? Ah, okay. Wow, der war schön, der war aber richtig schön, der hat mir gut gefallen. Ja. Wir wünschen hier allen Chat-Zuschauern und unseren liebsten frohes, gesundes 23. Ob das das besser wird, wie, ja, das 22, das 23. Der Luis hat hier vorbereitet, der hat heute den ganzen Tag hier montiert. Und jetzt geht's los. Die nächste Batterie wird jetzt gezündet. Wir machen das Licht los. Und jetzt geht's los. So was finde ich auch immer sehr schön. Und jetzt geht's los. Ja. Alter, der steigt jetzt nicht erst. Wow. Mega. Luis hat das alles regensicher verwahrt. Ja, natürlich muss das ja auch sein. Wir sind gespannt, was jetzt kommt. Und jetzt geht's los. Oh ja, komm mal. Ja. Ja, komm mal, ja. 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 Da hinten brennt auch rum. Ja. Ein Böller? Ein Böller? Wow. Ja. Nicht bitte. Hallo, ich komm nicht. Wundervoll. Ja. 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 midi ja. 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 Ich würde sagen, wir machen mal ein Raketchen. Ja, das müsste eigentlich rechnen, weil die fliegen ja sehr weit nach oben. Nimm doch gleich mal zwei oder drei mit hinter. Brauchst du Licht? Nein. Die konnte ich perfekt nachverfolgen. Ja. Ja. Ich hab's ja auch schon Heldweg. Licht aus. Du bist der Lichtmann. Oh, fein. Ja. Ich muss immer noch ein bisschen mitgucken. Hä? Ich hab Zeit, wo ich nachzug rücken. Ja. Luis verschwindet wieder in seinem Kämmerchen. Sein Bombenbau-Kämmerchen. Wie viel holst du denn noch? Ja, das hab ich ausgesucht. Genau. Was jetzt, hab ich jetzt schon einen Tappich ausgesucht? Persönlich sogar. Ja, mal gucken, wie das ist. Geht los, Leute. Sieht aber so schön aus, was ich da ausgesucht habe. Mit dem Lina. Oh. Zweitens reichen. Wenn man jetzt so nah ran geht, weiß ich was auf der Lina. Ich weiß es auch nicht, aber schon hab ich immer den Zaun zwischendrin. Ja, du. War schön. Ja, mit dir ist egal nix. Na los. BaENT Be размinen. EINee. War сегодня. War. 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 Krass, so ein kleines Ding, da kommt so viel raus, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, war gut auf jeden Fall, war auf jeden Fall gut. So, aber guck mal, ob du es jetzt auch aus deiner Räuberhöhle holt. Aber wir haben keine Passvermüden geschalten, nur um euch das zu zeigen. Wo ist die Rakete? Das ist mein Dreifachflieger hier. Wie war's, Christoph? Andreas, dir auch ein gesundes Neues, ein frohes Neues, ein erfolgreiches Neues. Das war der Dreifachflieger. Jetzt war ich so überwältigt, dass ich vergessen habe, in die richtige Richtung zu filmen. Der war cool. Oh, der war auch schön. Das ist jetzt auch noch andere Batterien oder so? Genau, aber keine Eile. Ja, das kriege ich auch hier auch. Alter! Morgen früh um 6 Uhr, sind wir irgendwann fertig? Ja, aber du kannst dann der Heftritt fertig. Ja, das ist jetzt mal so. Ja, das war nicht die Wackel. Aber die Denkern hatten eine ganz Wackelkarte. Das ist ein Dichchen. Egal, ich hole die hoch da. Ich nehme alle mit hinter. Die Waller lässt alle hoch und dann ist gut. Dann haben wir Raketen. Dann machen wir hier auf die Batterien. Dann machen wir hier auch die Batterien. Genau, aber keine Eile. Wackelkopf-Raketen finde ich eh am schönsten. Challenger zum Beispiel. Hä? Challenger? Jetzt halt nicht mehr Leichten. Jetzt. Jetzt. Jetzt noch was los. Uh! Von mir auch! Genau. Ja. Oh! Ja. 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 Drei. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ja der absolute Knaller. Ein buntes. So, und nun ist der Moment wieder gekommen, wo Luis wieder in seinem Kämmerlein verschwindet. Kamer, 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 Batterien, Kamer, Kamer. Alter, wir werden mit dem Russi explodiert. Langsam hat er, glaube ich, fast alles rausgeräumt. Also, guck, hier ist der Himmel, liegt hier oben. Ja, ja. Wie viel hast du noch? Ich glaube, jetzt noch drei Stück. So viel habe ich gar nicht erwartet. Du musst mal ein Stück zur Seite gehen. Genau. Sonst kann ich nämlich nicht filmen. Also das rechts oder links? Links. Ja. 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 Und jetzt auf die Pamila. Ach, sehr schön. Ich lege den Stuhl. Hast du die Frage wieder, was da die Worte kommt? Ja. Wir haben jetzt Tatsache schon 21 Minuten Feuerwerk. Ich sterbe jetzt voll streng. Das machst du aber super gut. Die Linke war. Die finde ich immer so toll. Das ist ein Schussdinger, die sind laute Dinger. Der Luis ist wieder in seiner Kamera. Und wenn die Tür aufgeht, wird er mit etwas herauskommen. Und das war's jetzt oder steht immer noch was drin? Da kommt noch ein böser Chef hier. Guck mal. Ich halte den bösen Chef. Ja. 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 Schön. Also bockst du, da wie ich bin, hab ich das natürlich übersehen. Gott. Die steckt da mit drin oder was? Jetzt hab ich sie gefunden. Muss man auch noch suchen. Das war der letzte böse Chef. Sehr schön. Ich hab auch langsam das Gefühl, mein Feuerzeug fällt auseinander. Da geht dann Luis wieder ins Kümmerchen. Wir gucken hier spannend. Und immer noch Nachschub? Eine Sache ist noch Sinn. Spannend! Da haben wir wieder so eins. Luis hat es gut aufgeteilt. Sehr abwechslungsreich. Ja, krass. Ein zum Ding, aber macht einen Knall wie ein großes. Da kommt wieder ein Batterieschen. Gucken wir was die schön ist. Wow! Das war's. Das war's. Ich hab's zu kurz. Tschuldigung, gell? Guck mal, in der Zwischenzeit könnten wir uns mal einen Knut geben. Ja, wir wollten den Rösenhauer vielleicht machen. Ja. Was kommt jetzt noch? Na, drei Böller. Nur zwei. ich darf die munition halten ich bin nicht so der pyrotechniker ich verbren mir sogar schon am feuerzeug die finger ich filme gerade noch nach oben ja ich habe die hier aufbewahrt der war gut ich sehe schon, einer fliegt nach oben und ich stehe nur so bumm, der bleibt am Grund liegen losfaller Böller, jetzt ne Böller jetzt nur mit Knall, Leute, vorzuhalten, Achtung, geht los der war ja aber nicht so gut doch, der war gut der ist halt Böller versuch mal in die Batterie zu werfen nein doch was soll das umstehen ja, einfach dort hinwerfen, vielleicht fällt mir noch was um ich kann einen reinstecken wir machen jetzt Böllerkegeln ich kann einen in die Batterie machen, wenn du das willst ja oh, jetzt fangen die Experimente an, die bösen einfach hinlegen da, einfach hinlegen und dann nicht da, ne, einfach so, wenn du guckst, wo hinlegen ich weiß nicht, ich weiß einfach hin ich klicke nicht da rein ja guck ob man die Batterie zerstrengt Licht aus Licht aus das glaub ich gar nicht da steckt nur drin, gucke ja 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 das ist halt kein Polenkracher, ne ja die halbe Autos zerlegen er hat doch gesagt, eins hat er noch also wenn ich jetzt richtig verstanden habe letzte? ja ja jetzt kommt nämlich der große oi, jetzt kommt das Finale, das große Finale, Leute guckt euch diese Kiste an ooooh 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 yo ooooh 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 das war es jetzt aber wirklich oder jetzt kommen nur noch knaller und so oder okay binchen film ich jetzt noch mal und die zwei dinger dann mache ich das video hier erst mal pause da schneide ich dir morgen ein schönes video zusammen dann ja so kann ich nicht schicken sind 30 minuten louis ja wenn ich schneide es dann so zusammen dass es schön dann kannst du deinen opa dann schreiben wir haben alles so liegen lassen damit du etwas davon hast die finde ich so toll und es ist ein baum geflogen ja das liegt da oben ja ich sehe sie sitzt jetzt auf dem baum das vögelchen so ein hast du noch mal oder ich muss mich ein bisschen darauf einstellen wo ich hin ich bin glücklich und ich bin durch ja 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 ja